Bereits zum 15. Mal findet am 12. und 13. März der Tag der offenen Töpferei statt. Die Keramikerinnen und Keramiker aus Mecklenburg-Vorpommern laden Interessierte ein, die geöffneten Töpfereien, Keramikwerkstätten, Studios und Ateliers zu besuchen, um vielseitiges Handwerk kennenzulernen, sich auszuprobieren und gesellige Stunden zu erleben. Die bundesweite Initiative wird ehrenamtlich organisiert und bietet ganz unterschiedliche Aktionen an. Einige Werkstätten brennen Samstag einen Ofen an und öffnen diesen am Sonntag für Besucher. Es werden Filme zum Thema Töpferei gezeigt. Oft gibt es auch ein spezielles Angebot für Kinder. Unter der eingeblendeten Internetadresse sind alle Teilnehmer der unterschiedlichen Bundesländer und ihr jeweiliges Programm zu finden.